In Zahnarztpraxen verteilen sich Bakterien und virenhaltige Aerosole im gesamten Behandlungsraum. Das bedeutet, dass alle Gegenstände im Raum gereinigt und desinfiziert werden müssen zwischen zwei Behandlungen. Um die Produktivität zu maximieren, sollten Materialien und Instrumente usw. außerhalb des Behandlungsraums gelagert werden. Idealerweise sollte ein Zahnarzt Zugang zu zwei oder mehr Behandlungsräumen haben. Während ein Patient in einem Raum behandelt wird, kann der andere Raum gereinigt und desinfiziert werden. Wenn die Größe der einzelnen Behandlungsräume minimiert wird, können mehr Behandlungsräume in den Räumlichkeiten untergebracht werden. Um die Produktivität weiter zu steigern, sollte die Reinigung und Desinfektion so schnell wie möglich erfolgen. Aus diesem Grund sollten das Gerät und die Schränke glatte Oberflächen haben, die sich leicht und schnell reinigen und desinfizieren lassen. Die XO Worktop ist eine kompakte Werkbank, welche diese Anforderungen erfüllt. Sie ist aus Pulver lackiertem Stahl und Korean gefertigt und mit drei ausziehbaren Ablageplatten ausgestattet. Die Ablageplatten werden für die Ablage von Instrumenten und Materialien verwendet. Um die Oberfläche aller Zähne in gesunder Körperhaltung zu sehen, müssen die Bediener in allen Positionen zwischen 9 und 12 Uhr arbeiten können. Bei der Arbeit in der 9 Uhr Position kann die zentrale Platte ausgefahren werden, um Instrumente und Materialien nahe an die Mundhöhle zu bringen. Beim Arbeiten in der 12 Uhr Position werden die linke und die mittlere Arbeitsplatte nicht verwendet. Auch Linkshänder können die Arbeitsplatten verwenden. Selbst große Zahnärzte, die in einer aufrechten, ausbalancierten Position sitzen, haben unter der XO Worktop ausreichend Platz für Beine und Füße. Wenn Sie den XO Worktop in Kombination mit einer XO Einheit verwenden, können beide in einem Behandlungsraum von nur 6 Quadratmetern untergebracht werden. Ag Snider Untertitelung des ZDF, 2020